Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie Sie sehen, haben wir Weihnachtswetter und es ist auch schon Advent und sicher sind Sie alle schon mit Vorbereitung für das Fest beschäftigt. Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen, Ihren Familien und Freunden alles Gute für die noch verbleibenden Adventstage, nicht zu viel Hektik und vor allen Dingen ein besinnliches und fröhliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles, was Sie sich wünschen. Glück, Gesundheit und Gottes Segen und dass wir alle weiterhin in Frieden leben können. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen und freue mich auf die kommende Zeit.